Ich habe hier eine sehr interessante Tagung erlebt. Die Bundeswehr hat sich wieder als eine sehr moderne Armee gezeigt, die auch forscht, die nicht nur sagt, sie hat mit den schrecklichen Tendenzen des Militärs in der Vergangenheit gebrochen, sondern sie zeigt auch, dass sie Interesse hat, die Dinge aufzuarbeiten und historisch zu erforschen, sodass unser Wissen über Militär erweitert wird.